und hallo leute herzlich willkommen zu einem neuen news video und ja es sind neue background 2 news am start wie es schon im titel gelesen habt und das große februar update ist jetzt am start morgen schon beziehungsweise für euch heute auch schon und ja das geil ist es kommt nicht nur wenig raus es kommt eigentlich sehr viel und ja kommen wir jetzt einfach mal zu den ganzen geilen sachen und zwar wir haben das age of the rebellion update jetzt am start wie gesagt und es kommen insgesamt sieben neue standorte dazu für koop aber auch für andere modis werden sie sieben neue sachen also quasi mit am start sein und zwar leute wir bekommen als allererstes erstmal zwei neue verstärkungen dazu in form des ewok jägers und des isb agenten und ja ich muss sagen erstmal zwei neue elite klassen am start ja finde ich auf jeden fall nice für die neue ära dann bekommen wir vier neue blaster endlich mal neue blaster was ich jetzt sagen muss ehrlich gesagt vier neue blaster das tut ein bisschen weh sie haben uns versprochen zu letztem jahr noch dass wir neue blaster also alle blaster die momentan drin sind standardmäßig erhalten für alle klassen also für die klasse jeweils ja ja auf jeden fall wir bekommen noch neue vier kapital für capital supremacy schiffe für koop also aus capital supremacy als totale führerschaft in koop dann jetzt umgesetzt aber es werden erstmal zwei sein sobald ich gesehen habe hier steht vier also mal gucken dann auf jeden fall hellen verbesserungen sind am start wieder mal und ein neues key update beziehungsweise neues key upgrade wird am start sein nicht nur eins sondern auch zwei vielleicht auch drei werden wir sehen und ja wieder mal helden versus schurken karten sind am start und ich muss sagen es sind recht nice denn wir haben noch nie solche karten erhalten und leute wir kommen jetzt erstmal zu was kommt diesen monat bzw kommen wir zum ewok jäger und zwar der ewok jäger spielt mit seinem bogen hauptsächlich aber er hat auch einen sperr dabei wie wir ihn schon von den ewoks kennen her aus ewok jagd was ich aber ein bisschen für komisch finde sie haben mir geschrieben dass der sperr mit am start sein wird doch hier steht nirgendwo die beschreibung drin wie er vorhanden sein wird unter welcher fähigkeit oder so ungefähr also ja das verwirrt mich ein bisschen weil es ist ja eine zweite waffe quasi dann und dann bekommen wir auch die wies dies mit zurück also leute oh mein gott geil die wies die sind weg und das jetzt in allen modis mit so wo der drin ist ja jetzt geht's los abfakt nach ja kommen jetzt auf jeden fall zu den hauptwaffe zu der hauptwaffe und zwar ist es wie gesagt der bogen der jägerbogen auch und ja dass dieser bogen kann verwendet werden wie landes fähigkeit wie landes hauptfähigkeit todes auge und zwar wenn ihr nicht zoom das heißt so einfach so auf gegner quasi schießt ohne zoom standardmäßig dann habt ihr dieses todes auge im prinzip dann automatisch drin also im prinzip ist das diese fähigkeit von landes auge ist automatisch drin das heißt ihr könnt so gegner anivisieren ohne dass ihr eine fähigkeit oder so auslösen müsst die ist so standardmäßig implementiert aber wenn ihr zielt ist diese fähigkeit nicht am start soweit ich verstanden habe das ist auf jeden fall naja ein bisschen doof aber ich sag mal so wenn ihr ziel automatisch getroffen wird umso länger ihr haltet kriegt auch noch mehr schaden bei dem ziel und ja das ist recht heavy muss ich sagen aber mal abwarten wie es sich spielen wird ja wie gesagt es wird dann auch länger sein also umso länger er haltet um so mehr schaden bekommt ihr dafür beim gegner und ihr macht auch mehr geschwindigkeit beim abschuss dann das ist natürlich alles recht positiv ne ja die ewok jäger wird sich die situation wird wird sich in einer situation befinden die mehr schaden und widerstand erfordert kommt die fähigkeit wellend hier wellend horn ins spiel wie wir sie schon von ebox kennen wo er im prinzip in seine tröte blast in sein horn und dann auf einmal das blasen des hohrens verbessert nicht nur die angriffe wie immer sondern auch gewährt ihn auch zusätzliche standard widerstand ja also bekommen wir auch quasi mehr schild dazu ja eine recht nice änderung dass wir jetzt auch schild dazu bekommen aber ich glaube bei den ewok bei den ewok so allgemein haben die das glaube auch schon mit eingefügt aber naja dann auf jeden fall während dieses hohr noch aktiv ist erscheint der ewok aber leider ständig auf der auf den feindlichen scannern also wahrscheinlich auch auf der mini map die ihr unten links im bildschirm habt wenn ich richtig ja das ist auf jeden fall dazu ist halt nachteil ne dann zur verfügung steht auch noch der vc spotty wie schon gesagt und den können wir auf jeder map wie gesagt auch spielen auf der ewok am start sein wird also recht geil wirklich ja kommen wir jetzt zur isbe isbe wollte ich schon sagen nee es ist die isbe agentin äh agent steht da aber ist eigentlich eine agentin schreiben sie das auch hier schön ähm auf jeden fall sie tritt im namen des galaktischen imperiums in kraft in arbeit wie man es auch nennen will und ja sie ist die erste heldin beziehungsweise der erste die erste leader einheit die mit zwei waffen kämpft ähm ja warum auch immer sie mit zwei waffen gekämpft geschrieben haben ich habe hier nur eine gelesen ähm ja der ich weiß der arc trooper der hat auf jeden fall auch zwei blaster in der hand aber ja was soll man sagen auf jeden fall äh die isbe agentin hat zwei rk 3 blaster ausgerüstet und so und verfügt über erfahrungen im sammeln von informationen und nahkampf er arbeitet unermüdlich daran die feinde des imperiums vertreiben also im hindergrund und ähm ja die isbe agentin äh ist hervorragend in kampfzonen äh ein und aussteigend und insbesondere wenn ihre fähigkeiten zum angriffstraining aktiviert ist ist sie recht stark wenn sie mal rein ähm ja rein rage digger also richtig mal da die sau rauslässt in der kurve und dann da ist auf jeden fall was am start also killen kann man anscheinend gut mit ihr mit dieser fähigkeit ja während die auswirkung während der auswirkung des angriffstrainings profitiert die isbe agentin von einer erhöhten sprint geschwindigkeit was nice ist bei der sie insgesamt weniger schaden erleidet was auch sehr positiv ist muss man sagen also das ist eine gute fähigkeit muss man also ist eine der ersten fähigkeit also eigentlich die erste fähigkeit die so ist vielleicht kommen hoffentlich auch ein paar andere klassen noch ein oder so ein paar andere helden die auch so eine fähigkeit haben weil die ist recht nice muss man echt sagen das auffinden von feinden des imperiums wird dank der imperialen intel fähigkeit erleichtert nach der weitere erweiterten scans also der isb agentin wie gerade eben erwähnt diese intel fähigkeit heißt es nämlich den nahe gelegenen bereich um die vier nächsten feinde zu ermitteln das heißt im prinzip sie hat dann scanner an der zeigt ihr in diesem radius vier feinde an die in der nähe sind und diese anzahl kann aber erhöht werden umso mehr kills macht das heißt wenn ihr da vier oder fünf leute in eurem radius drin habt oder beziehungsweise ihr habt die fähigkeit aktiviert und ihr habt da jetzt vier leute drin und ihr macht die alle vier fertig dann kommen direkt wieder die nächsten angepinkt das heißt die verlängert sich auch dann wahrscheinlich und diese fähigkeit er wird dann auf zehn leute insgesamt erhöht also das heißt wenn ihr einen killt dann wird die erhöht und erhöht und bis es auf ende am 10 ist das heißt zehn leute in dem radius am start sind ich weiß nicht ob das resettet wird das haben sie nicht geschrieben ob die resettet wird wenn die fähigkeit dann wieder abgeklungen also abgekühlt ist quasi ja auf jeden fall ein bisschen erwartet mal dann die wf ist ihre letzte fähigkeit und stark stärkt sorry verbündete in der nähe indem sie ihre grundgesundheit regeneriert aber es kann nur verwendet werden wenn sie wenn sie sich ein verbündeten in der reichweite befindet ja dass sie auf jeden fall ja wenn eine mails sich in der reichweite befindet das heißt in diesem radius drin dann kann sie erst ihr leben regenerieren aber naja das würde nicht so schwer sein auf jeden fall kommen jetzt zu den ganz geilen neuen maps und zwar wir bekommen für age of the rebellion im koop zeichen ja eigentlich diese neuen fast also diese neuen sieben standorte und zwar bekommen wir jahwin todesstern 2 endor hoss tatooine kessel und natürlich jabbas palast ja alles sieben wunderschöne geile maps ich hoffe jabbas palast kommt dann auch so wie wir in ihnen in battlefront 1 hatten mit dem raumschiff draußen und also mit dem rebellen raumschiff draußen und so das wäre wirklich sehr sehr cool wenn das so übernommen wird aber mal abwarten ob sie das wirklich so umsetzen ja sie haben mir keine weitere map details leider uns an die hand gegeben was aber trotzdem immer noch nicht heißt dass es nicht kommt ja kommen wir jetzt zu capital ship koop ein neuer modus nein es sind neue maps für koop wieder mal am start und zwar haben wir jetzt mit totaler feuerschaft eine reihe von kampf kapital schiffen also kampfschiffen eigentlich erhalten und die venatoren und dreadnoughts von republik und separatisten der mc 85 starcruiser und der star destroyer der resursion klasse erster ordnung werden im februar also morgen damit eintritt erhalten im koop modus und leute zuerst werden die neuen karten oder public venator und separatisten dreadnought am start sein so haben sie geschrieben also es beginnt die suche mit den beiden mal abwarten ob es wirklich ein modus ist also sie haben so ein bisschen geschrieben wie ein neuer modus aber sie haben auch hier geschrieben dass als eigenständig karten sind die eigenständig handeln also abwarten kommen jetzt auf jeden fall zu den neuen waffen ich werde da nicht viel sagen dazu außer halt die beschreibung jeweils noch mal dazu die e fd wir kennen ja schon die e 11 kommen wir auch gleich zu sprechen darauf beim luftruppler des imperiums ja die e fd dieses mittel strecken blastergewehr wurde zur präzision zu und zuverlässigkeit hergestellt und wird für die soll das als angriffsklasse erheblich sein verfügbare modus ja das ist eigentlich nicht die dl 18 wird die nächste sein die kurzstrecken dl 18 ist eine beliebte blasterpistole am äußeren rand also so dabei tätowien so was es ist zwar etwas weniger leistungsstark als ein als seine schweren gegenstücke gleicht dies jedoch mit einer schnellen feuerrate aus so wie das gerade zu los bin aber es ist halt jetzt schon gleich 1 uhr und ich bin so mega platt heute aber auf jeden fall ja eine nice waffe bin ich mal gespannt wie es aussieht ich habe kein bild dazu im kopf und auf jeden fall kommen wir zur nächsten und zwar die t1 20 ein robuster kurzstrecken blaster der zum kontinuierlichen entladen mächtiger bolzen auf kosten eine einer geringen geschwindigkeit hergestellt wird aus feuer auf jeden fall kommen wir zum cycle gewehr besser bekannt auch als das sei klar das sei klar langstrecken gewehr wirkt im vergleich zu anspruchsvolleren blastern grob und war eine vielseitige und lang beliebige langlebige waffe bleibt beliebt bei den in tatooine beheimateten tusten raiders tusten räubern also und ja das sind die gewehre die die immer den film an den originaltrilogien hatten die meinen die wahrscheinlich also ja mal abwarten das wird wahrscheinlich so wie in battlefield 1 so schön hier mit der bionettwaffe rumweilerschen nein spaß also es wird schon interessant werden ja dann kommen wir jetzt zu freischaltung besiege 50 feinde als spezialist spezialisten klasse in koop modus freischalten 25 75 100 kills das sind so ungefähr immer die zahlen jetzt für die freischaltung für alles was ihr da machen müsst für die einzelnen stufen ja das jetzt dazu ich wie gesagt nur kurz zu den waffen dann kommen wir zu den helden änderungen helden verbesserung verbesserung der leer fähigkeiten wir nehmen eine reihe von änderungen an lea vor die mit änderungen an ihrem e 11 blaster beginnen der standard schaden wurde von 32 auf 36 erhöht der end schaden wurde von 17 auf 19 erhöht erhöhter schaden fällt von der start start entfernung von 5 auf 20 ab erhöhter schaden fällt vom endstab endstand von 10 auf 40 ab der rückstoß wurde reduziert reduzierte ausbreitung von blasterfeuer ja den kompletten restlichen karten also den kompletten restlichen texte könnt ihr euch da durchlesen die seite ist unten wie immer verlinkt chewbacca bowcaster verbesserung das ist ja auch eine fähigkeit chewbacca bowcaster wird eine reihe von verbesserung und verbesserung und verbesserung erhalten und doppelt geschrieben und das waren jetzt definitiv sie und den lieblings wuki aller gegen soldaten effizienter zu machen und gleichzeitig weniger schüsse zu verpassen ja da ist nur ein ganz kurzer patch text auf jeden fall start für einige änderungen ja dann kommen wir zu den boards leute und zwar die boards haben ja schon im januar ein paar updates bekommen und jetzt bekommen sie neue updates für koop und zwar sie können jetzt dann auch beziehungsweise sie können jetzt fahrzeuge wie droidikas spielen in sofort action und sie können jetzt auch freundlich helden spielen was auch recht nice ist sie können jetzt dann auch fahrzeuge fahren also sind auch da am start vertreten und ja das sind so die neuen sachen wie sie auch machen können jetzt dann kommen wir jetzt zu helden und schurken ja jetzt kommt was recht nice ist leute fans der helden und schurken spielmodus beziehungsweise modus eigentlich momentan nur bekommen jetzt ja neue maps und zwar sie bekommen den mc 85 star cruiser als auch der resurgent class star destroyer als spielbare karten ja leute endlich mal neue karten am start dazu kommen noch kleine änderungen an geonosis und ja wenn vier ja das dazu dann kommen wir zu den neuen reinforcements und truppen updates ja leute wir erhalten einen neuen luftruppler für die imperiale seite und zwar hat er die e 11 wie gesagt am start und ja auch die soldaten sollen entsprechend aktualisiert werden der imperiale des trooper erhält das e 11 d blaster blastergewehr der luftruppler wird mit dem e 11 ausgestattet sein und die kampf effizienz zu verbessern wird der luftruppler wird einen wird der luftruppler der rebellen seite einen a 280 c für automatisches feuer verwenden ja soviel dazu dann da ja zum luftruppler brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr viel sagen das ist halt jetzt nur ein bisschen an fähigkeiten wurde ein bisschen rumgeschraubt und so pipapo könnt euch wie gesagt nochmal original durchlesen dann der wukki krieger wukki warrior halt ja bekommt auch eine kleine änderung bekommt auch neues aussehen aber im großen bleibt es eigentlich alles gleich bei ihm dann auf jeden fall ui updates das age of the rebellion update enthält äußern enthält außerdem eine reihe neue auktionen für die benutzeroberflächen mit denen sie mehr freiheit bei der darstellung ihrer benutzeroberfläche haben ja das sieht so aus dass ihr jetzt nämlich eure ganzen visuellen sachen einstellen können und zwar vertikale position der waffen hitbar also überhetzung radar squad liste spieler liste fähigkeiten namensschilder fortschritt im spielmodus herausforderung schritt rank also krank ableveln zusätzliche optionen zur einstellung nachricht vom töten halt von spielern und ja das können wir halt jeweils beliebig verändern aber ja könnt euch selber dann aussuchen gibt drei verschiedene varianten bei manchen gibt es auch fünf glaube bei manchen ja beim pc wurde auch noch das chat fenster verbessert bei pc spielern sollte das jetzt auch besser funktionieren pc chat kill und ereignis protokolle sollen jetzt auch am start sein und netzstatus ja das soll jetzt am start sein beim vertikalen stapel das auf jeden fall jetzt zum update morgen kommt raus am 26 februar für euch wird es dann heute sein sorry dass das video ein bisschen lang ging aber naja ich habe jetzt versucht das schon möglichst schnell noch 100 zu radern ja ich wünsche euch noch einen schönen abend schönen tag ne haute rein habt einen schönen tag morgen und wir sehen uns dann im nächsten video im nächsten live stream bis dann ciao haute rein und wir sehen uns natürlich im nächsten live stream vom video äh vom update ne